So, wir machen jetzt mal ein schönes Video für deine Tante Dodo und den Onkel Guido mit Stöckchen und Hund. Komm, nimm mit. Nimm mit. Ja, geh. Ich will den nicht. Geh. Nimm mit. Nimm mit. Hopp. Nimm deinen Stöck mit. Ja, hopp. Dann nicht. Dann lass ihn liegen. Nicht an mir hochspringen, Frau Leif. Wo ist dein Stöck? Wo ist dein Stöck? Da ist er. Na, nimm mit. Na, lauf. Komm. Ja, lauf. Lauf. So. Dann mach mal Sitz. Mach mal Sitz. Fein. Da bleib mal. Bleib da sitzen. Jetzt nehm ich den Stöck. Da ist der Stöck. Du sollst da bleiben. Und zack. Das ist der Stöck. within. Und wie erst der Stöck?